hallo liebe freunde es geht darum um folgendes ich habe vor kurzem die 50 abonnenten geknackt großes dankeschön dafür und es geht ums special ich habe noch nicht so genau eine ahnung was ich mache aber ich werde morgen versuche ich auf jeden fall um genau 4 uhr das heißt um 16 uhr live stream zu machen falls noch vorschläge habt für ein abo special schreibt es unten in die kommentare das war's von mir und tschüss